ARD Text im Auftrag von Funk Was machst du denn hier? Dennis, kann ich bei dir pennen? Ja, aber was ist denn passiert? Kann man mit da drinnen reden? Ja klar, kann ich mal rein. ARD Text im Auftrag von Funk Aber ab morgen kannst du dann nicht mehr hier schlafen. Es sei denn, du erklärst es meinen Eltern. Ich überleg mir morgen was. Willst du es nicht endlich deiner Mutter sagen? Und was? Na, dass du schwul bist. Nee. Ich meine, ich weiß, dass sie damit kein Problem hat, aber... Ich weiß nicht. Du bist schon wach? Ja, ich muss den Zug erwischen. Wohin? Zu meiner Mutter. Nach Hamburg? Ja, ich habe sie gestern noch mal angerufen. Ich muss nur um 9.15 Uhr im Hauptbahnhof sein. Was? Das schaffen wir niemals. Wir? Ach, die Schmitz-Reimhorst checkt das doch eh nicht. Ich habe dir doch gesagt, dass wir es nicht schaffen. Ja, wir haben es gelaufen. Oh, gar nicht mehr. Du kommst doch zurück. Ich weiß nicht. Da habe ich eigentlich noch gar nicht drüber nachgedacht. Natürlich. Und wenn du doch in Hamburg wärst? Dann komme ich euch jedes Wochenende besuchen. Oder wie dich. Nee, aber danke für alles. Das war schon. Das war schon. Ich bin echt bei dir. Das war schon so. Ich bin echtes. Wir sehen uns. Ich bin echt. Ich bin echt gut. Ich bin echt. Ich bin echt ein Fahrzeug. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020